Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 30. September 2017? Mond bewegt sich gerade in der kreizeitenden Wassermann und hat eine zunehmende Mondphase. Es gibt ein Sternbild bzw. eine Figur im Himmel und das beeinflusst die Mondenergie. Diese Figur nennt Claudius Ptolemäus als Terebellum. Dieser Terebellum sagt aus, das ist ein Viereckfigur, Sicherheit, Stabilität, Struktur und Ordnung. Und wir haben auch dieses Bedürfnis heute, ein fester Boden unter unseren Füßen. Und wie trifft diese kosmische Energie die einzelnen Tilgheit zeichnen? Die Tilgheit zeichnen Wassermann-Geborenen, verspüren dieses Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, aber verspüren auch eine gewisse Leichtigkeit. Die Wassermann-Geborenen können mit einer guten Nachricht rechnen oder angenehmen Gesprächen. Vielleicht nicht heute, aber in die nächste Zeit. Wodrauf die Wassermann-Geborenen achten sollen, wo sollen sie aktiv sein, wenn das viel Kraft kostet. Dann kommen sie zum Stress. Wenn sie das übertreiben, dann entsteht eine Stresssituation und damit verlieren die Wassermann-Geborenen die inneren Gleichgewicht. Also das genau gut einteilen. Die Tilgheit zeichnen Fischern-Geborenen, Vergangenheit. Das, was die Fischern-Geborenen hindert bei einer Vorwärtsbewegung. Es sind Enttäuschungen von Vergangenheit. Oder ist noch etwas da von Vergangenheit, was noch kränkt. Und da brauchen die Fischern-Geborenen Heilung, einen Reinigungsprozess. Und das können sie bewältigen, wenn die Vergangenheit abschließt. Die Fischern-Geborenen sollen heute achtsam sein, weil es kommt Einfluss von außen. Und es kann weitere Enttäuschungen verursachen. Oder kann es auch Betrug handeln, besonders wenn es um Autos geht. Die Tilgheit zeichnen Wiedergeborenen, spüren die Leichtigkeit, die Bewegung, die Begeisterung, die tollen Ideen. Und es ist ein guter Zeitpunkt, etwas zu beginnen, etwas zu starten, etwas zu verändern in ihrem Leben. Was die Gespräche betrifft, sollen die Wiedergeborenen auf andere zugehen und die Kontakte aufbauen. Die Tilgheit zeichnen Stiergeborenen, ist unbeweglich, da sind Hindernisse, das ist eine gewisse Sperre da. Die Stiergeborenen sollen geduldig sein und in den kommenden Tagen verbessert sich das alles. Dann haben sie auch Glück in die Liebe Partnerschaft. Die Gespräche, das kann momentan unangenehm oder unklar erscheinen bei den Stiergeborenen. Die Zwillingsgeborenen haben Glück gerade. Glück, weil es kommt mehr Klarheit, mehr Leichtigkeit, mehr Orientierung, tolle Ideen. Es ist Bewegung und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Tilgheit zeichnen Krebsgeborenen, fühlen sie sich unsicher, sie sollen lieber noch warten. Ansonsten wird es alles gut sein, aber erst in den kommenden Tagen ist es wirklich spürbar. Die Tilgheit zeichnen Löwengeborenen, sollen auf ihre innere Ruhe achten, weil da liegt die Kraft. Also die sollen etwas abwägen, ausgleichen und die inneren Ruhe bewahren. Wichtige Themen sind bei den Löwengeborenen Freundschaften oder ein Hobby oder eine Veranstaltung, aber auch die beruflichen Situationen. Die Tilgheit zeichnen Jungfraugeborenen, sind nervös, unsicher, da sind Unklarheiten da. Die Jungfraugeborenen sollen auch darauf achten, was für Einflüsse kommt von außen, weil das kann auch eine Täuschung sein, was natürlich zu Enttäuschung führt. Aber kann auch Betrug sein, besonders wenn es um Bewegung handelt, wie Sportaktivität oder ein Auto, also achtsam sein auf die Kontakte. Die Tilgheit zeichnen Wagengeborenen ist eine inneren Ausgewogenheit. Es sind auch Chancen, etwas zu verändern, verbessern im Leben. Aber da sind die Wagengeborenen noch unschlüssig, unsicher. Vielleicht muss das etwas noch reifen lassen und sollen die Wagengeborenen das noch überprüfen, vorbereiten und wenn sie sich sicher fühlen, dann erst starten. Die Tilgheit zeichnen Skorpiongeborenen, haben das Gefühl, sie bekommen gerade keine Luft, es bedrückt etwas, die Skorpiongeborenen. Weil grundsätzlich haben die Skorpiongeborenen eine gute Zeit, was die Finanzen betrifft, aber heute und morgen ist es nicht so gut. Das kann sogar zu Geldverlust führen. Die Tilgheit zeichnen Schützengeborenen, können mit guten Gesprächen, mit einer guten Nachricht rechnen. Vielleicht nicht heute, aber in die nächste Zeit. Die Schützengeborenen haben gute Chancen und auch Glück zu Veränderungen. Da verbessert sich etwas, das kommt auch in Form. Aber wichtig ist bei den Schützengeborenen, dass sie die Ziele nicht aus die Augen verlieren und dass sie das nicht aufgeben. Die Tilgheit zeichnen Steinbockgeborenen, haben Kraft und Mut und haben auch die Bedürfnisse nach Sicherheit und Stabilität. Die Gespräche können momentan unangenehm sein bei den Steinbockgeborenen. Kann auch bedeuten, dass sie auf eine Nachricht warten und es kommt noch nicht. Diese tägliche kosmische Energie beeinflusst unserem Leben. Jede Tierkreis zeichnen erlebt das Anderes. Aber das ist immer noch zu allgemein beschrieben. Wenn jemand möchte, dass ich das Maß geschnitten erkläre, berechne und erkläre, unten bei der Beschreibung befinden sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.